Ich geh im Bau, früh um 6 Uhr und ich maximal mit meiner alten Sex, mein letzter Ex das war. Vor 30 Jahren, ich hab im Bau und schmetzt wie ein Sau, nicht so wie du. Mit Krawatten und du, du fliegst mit Küberschall zum nächsten Date. Ich mein, deine Frau, die wird schön langsam, schön langsam bleib. Da, ich bin auch dabei und setz dir jetzt auf, drüber vorbei. Dein alte Haut auf mir drauf und danach sagt mir den letzten Tropf aus, ja, heute bin ich wieder richtig drauf. Sie sagt, deine Muskeln, die bauen mich so auf und deine schöne und braune Haut, sie kann's nimmer sehen. Weißes Wappelfleisch und sein Terminkalender macht sie auch nicht heiß und sie sagt, jeder zahlt seinen Preis. Weißes Wappelfleisch und Manschettenknipf nach der nächsten Vorstandssitzung, da rollen euer Käse. Weißes Wappelfleisch und Manschettenknipf nach der nächsten Vorstandssitzung, da rollen euer Käse. Sie sieht schon rollen, oh, oh. Ja, irgendwann ist auch der Klapphoch dran, dem Triffen reich, so wär's ja auch nicht reich. Und das System, das kocht neuerei an jedem weich. Irgendwann ist jeder am Hund und denkst du dran, dein Karma kann dein nächstes Leben versauen und du kriegst keine Frauen. Im nächsten Leben lang, ey, da bist du dran, erwachsen als Regenwurm, nix aus dem Wurm, als Fischfutzer, das ganze Dreidag alt und Opfer. Menschlicher Gewalt. Doch auch danach, triff dich erneute Schmach, als kleines Schwein steckst du dich in die Messung rein, um einen Wehler zu empen mit Virus-Dempel. Der Banker sagt, kann man nicht fressen, den Plämpel, falscher Bio-Stempel, nein. Weißes Wappelfleisch macht den Gourmet nicht heiß, substanzlos. Nur lauter Wasser bloß, da steckt der Banker drin, die Qualität ist tief, denn der ist ein Mini-Tier. Schmeckt jetzt bitte, weil ihr Bär, wenn's ohne Gewehr, jetzt genauso schwer. Weißes Wappelfleisch macht den Gourmet nicht heiß, substanzlos. Nur lauter Wasser bloß, da steckt der Banker drin, die Qualität ist tief, denn der ist ein Mini-Tier, schmeckt jetzt bitte, weil ihr Bär. Ach so, ein nascher Text. Yeah. Ey, das war das wie vom Wappelfleisch. Ja, das war das wie vom Wappelfleisch. Ja, das war das wie vom Wappelfleisch.